Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr verehrte Gäste, ich darf Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Eröffnung des New Home of Tantalum begrüßen. Wir begrüßen Sie mit einem kräftigen Applaus hier auf der Bühne, meine Damen und Herren, den Ministerpräsidenten des Landes Hessen, Volker Bouffier. Ich verhehle nicht, dass Herr Tauber derjenige war, der gesagt hat, das müssen Sie sich anschauen. Das ist ein ganz außergewöhnliches Unternehmen und ich wünsche diesem Home of Tantalum, ich wünsche Tantec, viele erfolgreiche Jahre. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Domicil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überwältigt von dem Bau hier. Ich hatte ja auch schon das Vergnügen gehabt, Sie hier auf der Baustelle letztendlich zu besuchen, als das noch im Werden war. Und ich sage an dieser Stelle ein herzliches Willkommen am Standort Gelnhausen Ihnen, Herr Raab, aber auch insgesamt Ihren rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie haben damals, ich weiß gar nicht, ob Sie sich erinnern, in dem Gespräch gesagt, also Frau Simmler, ich sage, was ich will, aber ich tue dann auch das, was ich sage. Das ist dieses Herzblut, was eigentlich nur die Unternehmer haben, die das sozusagen zu ihrer Familiengeschichte machen. Dann einmal, fünf, vier, drei, zwei, eins, go! Das ist unsere Tantaluskultur. Das ist unsere Tantaluskultur. Das ist unsere Tantaluskultur. Das ist unsere Tantaluskultur.